Die Musik-Gesellschaft Hergis Wilber-Lisot Ich sage die nächste Bänd an, und zwar ist es die Musik-Gesellschaft Hergis Wilber-Lisot. Sie spielen in der Kategorie Brass beim 3. Klasse unter der Leitung von Grimo Friboclus. Präsentieren Sie uns die Stücke Wicking Age, komponiert von Thierry Deloriente. Die Musik-Gesellschaft Hergis Wilber-Lisot Die Musik-Gesellschaft Hergis Wilber-Lisot Die Musik-Gesellschaft Hergis Wilber-Lisot startet in der Kategorie Brass-Band 3. Klasse Und präsentiert uns den Marsch Viva Aronio von Walter Josef. Die Musik-Gesellschaft Hergis Wilber-Lisot 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 Die Musik-Gesellschaft Hergis Wilber-Lisot